das ist ja wirklich schon schrott heilige 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 oh wei, oh wei oh hier heisst ok dann muss ich mal die anderen ausschauen exakt über mir da kriegt man ja einen steifen hals oh gott oh gott oh gott ok oh gott hmmm 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 ... ... ... ... ZACK! 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 Wer war schon... ... und Gerüst wesentlich schneller gegangen? ZACK! 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 nach auf darauf die wand ist komplett mal im arsch und ich komme nicht ran mich seitlich größer scheiße so viel kaputt so viel kaputt ich auf der seite ist die scheune höher so viel kaputt so viel kaputt so viel kaputt so viel kaputt so und hier komme ich doch nicht hoch warum ich brauche ein gerüst mit einer treppe dran so viel kaputt auch alles fein jetzt sagst ich bin dann obwohl ich noch nicht geguckt so viel kaputt 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 meckern nicht so da draußen alles fertig so viel kaputt so viel kaputt ich hoffe es wird sich eines tages ändern nach all dem das ist sehr beunruhigend das nervt so viel kaputt so viel kaputt so viel kaputt ist so kaputt schon wieder irgendwo am angeln oh scheiße sie ist am rennen, rennt sie weg so, hallo, hier bist du, danke, hier ist etwas für dich und, wie viel bekomme ich, bekomme ich dann den Kuss ach, ich schaue doch nicht so lasst uns reden oh, hallo ähm hat es weh getan, als du vom Himmel gefallen bist was soll diese Schmeicherei, ich kenne dich nicht mal ey, ich habe gerade deinen Dingsbums repariert da scheint dich ein bisschen mehr zu mögen ok obwohl dieser negativ geantwortet hat gut gut Untertitelung des ZDF, 2020